So, dann mische ich jetzt mal einen Cocktail. Ich fang an mit Ananassaft, schön orange. Orange braucht man immer in der Politik. Dann kommt noch ein bisschen was Rotes dazu. Weil Sauerkirsche haben ja irgendwo bestimmt noch Vitamine drin und macht bestimmt alles ein bisschen sozialer. Eine Banane, dass es dickflüssiger wird. Oft ist es so, wie soll ich sagen, zu flüssig. Läuft zu schnell weg, wird ganz beständig. Hat schon eine sehr interessante Farbe. Ja, ich versuche es noch kurz in die Kamera zu zeigen. Leicht violett gemischt. Ein bisschen grün für die Natur. Einen verfrischenden Atem. Verbindet man ja irgendwie so damit. frische Natur. Pepperminz. Und weil es immer noch ein bisschen was gibt, was neutral ist. Was unbeständig ist. Neutrales Mineralwasser. Und das Ganze wird jetzt gemischt. Ja, auch das passiert in der Politik, wenn die Gemüter ein bisschen überhitzt sind. Kann man auch schnell noch ein bisschen was entfernen. Weil es in der Politik immer so heiß wird zum Abgrillen noch ein Eis dazu. Und zur Deko noch ein piratiges Orange. Schmeckt erstaunlich gut. Also wird es fast gonna温